Neoprenanzug testet. Ich bin tatsächlich am schönsten Ort der Welt, nämlich in Tarifa und obwohl die Sonne scheint, wird es langsam ein bisschen kühl, weil es wird Winter. Zeit, ein bisschen was unter den Neoprenanzug drunter zu ziehen. Das O'Neill Rektor 2 Kurzarm Shirt aus Neopren eignet sich perfekt, um es unter den Neoprenanzug anzuziehen, wenn es richtig kalt ist oder wenn ihr zum Beispiel einfach nur einen Long John habt, aber ein bisschen was für UV-Schutz tun möchtet, könnt ihr das genau so anziehen. Das O'Neill Rektor 2 Neopren Shirt ist 2 mm stark am Torso und 1 mm stark an den Armen. Und dass es hier nicht nur so schlapp im Sand liegt, ziehe ich es mal direkt für euch an. Ich habe mich nach Anprobieren im Shop bei Größe 1,85 bei ungefähr 85 Kilo für Größe XL entschieden. Wie ihr seht, sitzt es eng. Ich hatte auch L an, aber das wäre nichts geworden. Also XL sollte es bei mir dann schon sein. Ich blende euch nochmal kurz die Größentabelle ein. Und jetzt nochmal als Close-Up, dann könnt ihr euch nochmal richtig reinfüllen. Damit sage ich auf Wiedersehen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und wenn es euch gefallen hat, lasst uns doch gerne einen Daumen hoch da. Wir sagen herzlichen Dank. Bis zum nächsten Mal. Und ciao. Und ciao. Musik Untertitelung des ZDF, 2020